Hallo liebe Poké-Freunde und Poké-Neinten, Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Bevor wir aber jetzt hier loslegen in die Folge, möchte ich dir genau was erklären. Und zwar habe ich eigentlich die nächsten Folgen alle schon voraufgenommen und ich war da auch schon fast mit dem Spiel durch. Allerdings waren da viele Dinge, die ich anders machen wollte und ich habe mich jetzt so geschlossen, dass ich alles nochmal neu aufnehme. Für euch, dass ihr es jetzt nicht verpasst und ich weiß jetzt, also ich weiß jetzt, ich habe jetzt alles geplant, wie ich die ganzen nächsten Folgen aufbauen werde. Diese Folge werden wir diese Arena machen und die goldenen Szene abliefern und weitermachen. Ich weiß auch auf jeden Fall, wie man zur Zinuba-Insel kommt, das ist die nächste Stadt. Wäre mal, das ist halt eine kleine Insel, da kommen wir hin, da ist nämlich die siebte Arena. Bevor wir aber darüber reden, machen wir jetzt erstmal diese Arena durch, würde ich sagen. So, ich habe keine Ahnung, was sieht unser Team nochmal kurz aus? Ziemlich, ziemlich vollständig. Eins hängt uns aber noch, aber das kriegen wir noch. Puh, ich würde sagen, wir müssen Taubus noch ein wenig leveln. Jo, war ganz gut. Okay. Aber ich weiß gar nicht, wie lange es geht. Ich glaube, ich weiß noch teilweise den Weg. Das war hier lang, glaube ich. Dann glaube ich runter. Dann hoch. Dann hoch. Immer weiter das machen, oder so. Kann das sein? Ist das so richtig? Ich bin mir nicht mehr sicher. LOL, das war richtig. LOL. Ha. Fürs Try. LOL. Äh, wollen wir das machen? Ich würde sagen, nein. Weil wir müssen noch wenig trainieren. Das würde ich sagen, kämpfen wir noch gegen die ganzen Trainer, die wir hier währenddessen sehen. Das war jetzt Slug, dass ich auf Anhieb nochmal den richtigen Weg hatte. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch letztens aufgenommen und deshalb weiß ich den Weg noch. Kommt gegen den Kämpfen wir noch? Hallo. Willst du dich kämpfen? Okay. Haben wir gegen die schon gekämpft? Ich weiß gar nicht, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Ob wir die schon gekämpft haben oder nicht. Äh, kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Es ist mir leid. Hä? Haben wir echt schon gegen die alle gekämpft? Nee, noch nicht alle. Okay. Aber wir haben auch schon angefangen in der letzten Folge. Kann das sein? Naja. Pokémon passen sich ihren Trainer an. Nenne Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Ja, dann lass mal sehen. Ein einziges Pokémon, ein Alpollo. Jetzt weiß ich, warum ich Taubos nicht vorne habe, weil das bringt ja gar nichts mit Taubos. Weil in der Taubos kann ich ja keine Geister anfangen. Und die meisten hier haben Geister-Pokémon. Ja, was mach ich denn jetzt nach vorne? Ich muss mal sehen. Skrude kann nach vorne, würde ich sagen. Die werden, by the way, in den nächsten Folgen mit dem Spiel fertig sein. Weil jetzt die nächsten Arena, das ist sehr kurz und ziemlich einfach. Das kann ich euch sagen. Nur wir müssen... Oh, bin ich blöd. Ja. Genau das habe ich verdient, dieses Set zu schlagen. Nein, schlafe ich auch noch. Nee. Ob ich aufgewacht, okay, zum Glück. Ja, aber Schiele-Wummel ist... Es gibt ja keine Schale-Attacken. Deshalb ist es noch auf normal. Komm, mach es zu davon, dann mach es weg. Okay, gut. Oh, das ist ja bei 38, merke ich krass. Wir müssen nämlich noch ein bisschen trainieren, weil... Wenn wir dann in der Top-4 sind, müssten wir dann schon so Level 50 oder so sein. Das wäre ziemlich nützlich. Level 15 sind wir auf jeden Fall gut aufgehoben bei der Top-4. Okay, das kann ich euch sagen. Seit runter ist es schon ziemlich schwer. Deshalb müssen wir noch ein wenig leveln. Level 39 für Taubers. Das ist nice. Ich wusste es. Sabrina ist jünger als ich. Trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Okay. Ein Nebula. Ich würde sagen, wir machen nochmal Skröte. Der könnte jetzt die ganze Arilla abstauben, würde ich sagen. Warum nicht? By the way, kann es sein, dass der Ton vielleicht wenig anders ist. Weil, das ist halt irgendwie manchmal so, dass er sich Resettet mit seinem Audio. Der Emulator fragt, welche Füße das macht oder warum er das macht. Oh nein, jetzt bin ich wieder verwirrt. Hatte ich brauchen ein High Atom. Jetzt sterbe ich noch. Das wäre nicht gut, mein Mann. Das wäre sehr schön. Hier, die Kolze. Oh, ein Meisterball. Kann man aber nicht verbrauchen. Komm, spuck ihn einfach ran. Schlag dich nie. Warum schlägst du dich selber? Warum schlägst du dich selbst? Das macht keinen Sinn. Und ich bin tot. Yay. Rrrr. Ja, man macht Sander oder so. Ich möchte halt nur immer, dass mein Starter ein, zwei Level oder drei Level so höher ist als die anderen. Das ist, damit ich halt so, also ein Gefühl habe, ja, mein Starter ist immer noch so meine Rettung am Ende. Schäge. Das ist das, wenn ich halt ziemlich schnell so. Aber naja. So. Okay. Okay. Noch ein Pokémon hat D. Nein. Nein. Töteres. Und wo er es da erlegt. Das ist Alpollo. Töteres. 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 Ich bin nicht gut genug 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 Bei so einer großen Stadt lohnt es das nämlich. Denn das hier ist die größte Stadt bei Dwayne im Spiel. Ich sag vorhin, dass ihr die größte Stadt im Kanto. Danach kommt's. Ich krieg's meinen, ja. Ich glaube, ich weiß. Das sind die beiden großen Städten. Aber die hier ist größer. Glaube ich. Doch, ich bin sehr sicher. Okay. Super. Ich würde mal sagen, ich tue mein Ditto endlich mal weg, weil ich brauch das nicht. Ich hab's einfach immer noch die ganzen Folgen lang gehabt. So, aber jetzt ist es kein Teammitglied, also kann es raus. Gibt's doch. Okay, okidoki. Noch mal ganz schnell rüberfahren. Und ja, man muss das mit dem Fahrrad viel schneller, als wenn man normal geht. Fahrrad ist so ein Ersatz für den Turboträter, die es nämlich nicht gibt. So, hier. Genau. Okay. Hier lang. Dann nach links. Dann nach... Nein, 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 nein. Das war falsch. Hier nach unten. Hier nach oben. Hier nach oben. Hier auch nach oben, aber ich werde erst noch gegen den kämpfen. Döp, döp. Hier nach oben. Du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Jo. Das weiß ich. Deshalb habe ich ja auch die Taktik. Psycho. Richtiger Psycho. Und Pantymaster, da weiß ich. Was irgendwie ziemlich fett aussieht, wenn ich eigentlich bin. Aber, ja. Sieht schon wenig leer aus und so, Pokémon, so laut. Aber ja, ist ja kein Teammitglied. Unser Teammitglied werden wir, by the way, jetzt kurz, also jetzt in den nächsten Folgen bekommen. Das habe ich eigentlich nur, damit ich in der Liga weiterkomme. Und nicht für den Spielverlauf. Für den Spielverlauf. Nur so gesagt. Das ist das Pokémon. Das ist eins der wenigen Pokémon, die man erst ganz spät im Spiel bekommt. Ich glaube, das stört nicht. Mit fünf Pokémon schaffe ich es eigentlich auch. Aber trotzdem, ich wollte es sechs auch noch mal haben. Ich hätte zwar auch Evoli nehmen können, aber das wollte ich eigentlich doch nicht. Dann sollte ich lieber noch mein Pokémon nehmen. Ich bin doch auch mit einem Duplex-Heat. Das macht mich nicht. Down. Aber das macht dich doch auch nicht. Aquaknarre. Yeah. Okay, tot. Okay, Level 43 vielleicht, please? Nein. Aber beim Kadrafra, komm. Bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-da. Das ist mal aber dauernd. Warum mache ich so wenig Schaden? Der ist doch voll underleveled. Warum kriege ich so viel Schaden? Ich bin doch so overleveled. Also warum machst du ja faul? Okay, okay. Zumindest macht es einfach sehr viel. Nein, keine Genesung. Also wie viel. Komm. Hau ab. Verschwinde von meinem Screen. Tschüss. Yeah, ich wollte noch mal. Kann er mit 43 please? Kann er nicht. Das ist unfassbar. Gegen den noch mal. Machen die ja unsere Psy-Kräfte Angst. Nö, eigentlich nicht. Und wir haben aber immer noch genug Zeit für das, was ich in der Folge vorhabe. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich auch schon den nächsten Nachinnerte besiegen. Diese Folge und in der nächsten Folge. Und dann in der nächsten Folge auch wahrscheinlich schon. Und ich habe auch vorgehabt. Lol. Ich habe einen Glitch gefunden. Egal. Außerdem habe ich auch noch vorgehabt. Und ja, komme ich nicht mal Satz rein. Warum nicht? Glitch zu zeigen in der nächsten Folge. Den Missingno Glitch. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwann nicht so oder immer nächste Folge. Damit kann ich nämlich mit Item duplizieren. Ich muss aber noch mal genau lesen, welches Item man dupliziert wird. Irgendwie siebtes Item oder so oder sowas. Ich weiß nicht genau. So kann man natürlich auch, wenn man doch den Meister Ball hat. Dann kann man nämlich auch... Der Tag ging ja nur ein bisschen neben. Aussetzt... Nee, das reicht mir jetzt. Das... Das reicht mir jetzt. Das ist unzu blöd. Da kann man zum Beispiel den Meister Ball vervielfachen. Wow. Genesung. Das hat es gebracht, Mann. Komm. Geh down. Geh einfach down. Verschwinde. Und das durchlebt er noch. Na klar. Komm, lass uns doch jetzt down. Weißen kaputt. Komm, dann bin ich 43. Ich brauche das eigentlich mal. Yes. Nice. Oh, der hat noch dreimal so. Äh, schleckt man. Äh. Ja, komm, lass einfach. Schädelwurm. Blum. 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 Schädelwurm. Aufladen. Schaden kassieren. Und Schädelwurm einsetzen. Und Schädelwurm einsetzen. Und... Und... Und heute sitzt er ein. Super. Das bringt mir auch echt viel. Ein Pantymos. Auch kein Problem. Für... Unser Tour Talk. Äh, mit Surfer wird's hoffentlich schon down gehen. So stolz sind die auch nicht wieder. Auch wieder nicht. Hier. Ein Kadabra mal wieder. So. So. Toll. Toll. Nice. Yay. Gut. Damit war's mit ihm auch schon wieder. Ich glaub es nicht. Ich hab verloren. Das sagen doch eh die meisten. So. So. Gegen den hab ich schon. Den hab ich nicht? Echt? Die Pokémon in der Arena von Saffrona City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausforderl möchtest. Nee. Ich bin nur so gekommen, um ein bisschen Kaffeetrenzen zu halten, oder? Sapir kämpfen? Wo denkst du denn hin? Und jetzt aber ziemlich stark mit seinem Lammus. Komm, lass mal sehen, was Taubos jetzt drauf hat. Äh. Lass mal fliegen. Bluup. Und weg. Oh. Panzerschutz. Okay. Tschuuu. Okay. Mach nicht viel Schaden. Das ist nicht so gut. Wünschstoß vielleicht. Tschu 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 tschu. Ne. Okay. Ich hab das falsche Pokémon hier draußen. Das mach nicht so viel Schaden. Lass mal Sander. Sander kann doch ganz raushauen hier. Ganz schack raushauen. Geh wurf. Und das mach schon viel Schaden. Seh ich jetzt schon. Nein, es lebt noch! Geh mir weg mit deinem Heuler! Damit kannst du nichts erreichen! Nichts! Ich zerschlitz doch deine Augen und dann ist er doof! Yeah! Richtig brutal irgendwie, aber... Egal! Ist ja nur Po, Mann! Arrgh! Okay, und jetzt sollten wir da sein! Äh... So, Laute! Okay! Hast du, wie das gerade war? Irgendwie Laute wollte ich mal kurz legen! Warum nicht? Übertragen! Nice! Okay! Und auf in den Kamm! Eine Vision hat mir deine Ankunft herausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese einen Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf. Aber wenn du es wünschst, verweise ich dir meine Kräfte. Oh shit, here it goes! Gegen Sabrina! Oh yeah! Keine... Schuhe gegen uns! Sie sieht irgendwie aus wie so ein Team Rocket Mitglied, finde ich. Mit ihrem Outfit hier an dem Spiel. Aber egal, das soll uns nicht stören. Wir werden das jetzt kaum bekommen! Und Sonder darf den Anfang machen mit dem Kader! Jetzt ziemlich starke Pokémon! Alle Adrenalinleiter haben schon viel Pokémon! Aber das war kein Problem! Wie man sieht! Ein Panzi! Komm, wir machen alles mit Sonder! Jetzt will ich es sehen! Du 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 du! Noch mal Schlitzer! Oh, das macht richtig viel Schaden! Das macht richtig nice Volltreffer hier! Aber Crits sind richtig nice in dem Spiel! Also Crits sind OP in dem Spiel! Sammels so! Noch mal ein Volltreffer! Alter! Ein Omut! Uh! Omut ist cool! Aha! Ist ganz cool! Krisch das mal! Das ist doch cute! Omut! Noch mal ein Volltreffer! Das Lied geht... ...richtig... ...re... 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 ...ne... ...ich... ...ich... Wir sind jetzt paralysiert, aber das sollte auch kein Problem sein! Das stärkste Pokémon von mir ist nämlich ein Simsala! Was man nur durch Tauschen bekommt im normalen Spiel! Aber ich habe kein Link-Kabel für das Original Gameboy! Und ich habe auch kein... Äh... Ich weiß nicht, wie das auf dem Emulator geht, deshalb könnten wir sowieso keinen Simala bekommen, denke ich! Aber hier sehen wir es! Auf Level 43! Unserem Level, glaube ich! Hm, paralysiert! Komm, Erdbeben! Da fällt es um mit ihrem... mit ihrem... mit ihrem... mit ihrem... mit ihrem... mit seinem Löffel! Guck, könnte auch ihrem sein, aber egal! Ich wissen sie nicht! Don't just assume the genders! Obwohl... Ich weiß nicht, ob genau wir noch alles schaffen, was ich mir so voll geschaffen wurde! Aber die Goldszene umtauschen werden wir auf jeden Fall noch schaffen! Oh shit, was mache ich jetzt? YOLO! Nein! Nein! Fuuu... Naaaaaah! Ganz knapp verkagelt! Komm! Skröte macht ihn auf den Rest! Skröte macht den Rest! Ich weiß, es ist kaputt! Lass mich nicht davon ablenken von der Psywelle! Das ist vollkommen egal! Okay? Beiß einfach kaputt! Die armen Löffel! Tja! Pech! Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren! Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt! Jaja! Ich schenke dir den Sumpforden! Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen geräuschen! Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren! Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast! Warte! Nimm noch diese Terme von mir! Ich habe 40! Ist Psywelle! Wir werden aber kein Psyche-Pokémon! Ähm... Erziehen den! Eben auch das wollte ich sagen! So! Und dann werde ich noch ganz schnell eben die Goldszene umtauschen gehen! Und dann werden wir in der nächsten Folge uns auf den Weg machen! Zur Zinnoberinsel! Na war schon okay, war schon okay, war schon okay! Yay! So, da fliegen wir eben hin! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Yay! Okay. Gut. Dann... Nein, das ist ja. Genau das ist das Haus. Das ist ja. Das hier. Schlenkiger. Mit dem Namen kann man nämlich normalerweise nicht reden. Aber jetzt, wo wir die Goldzähne haben, geben wir den Wärter die Goldzähne. Der Wärter setzt das Gebiss ein. Dunkel, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühe. Und da kriegen wir Stärke. Ich dachte schon, irgendwie muss es nur die Goldzähne Rilis sein. Und für die... vor allem Stärke war es mich hitzig. So, mal gucken, wer es erlernen kann. Ich würde sagen, Sander... Sander... Stärke ist... Ist nicht so stark. Aber stärker als andere, vor allem auf jeden Fall. Was haben wir vergessen? Ähm... Das Kopfgeschmisch... Zack und alles ist... Ziemlich nahe... Ich weiß nicht. Ah ja, ist okay. Ja, was soll er denn da vergessen? Der kann doch gar nicht vergessen. Ja, das kann ich doch alles. Oder nicht? Nicht erlernen. Warte, was ist mit Relaxo? Relaxo kannst du auch erlernen. Ja, ah, 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 ja, okay. Das ist gut auf keinen Fall. Relaxo, mal gucken, ob Relaxo ich jetzt nicht. Stärke für... Amnesie. Amnesie ist doof. Mann, Stärke. Yeah. Nice. Und jetzt können wir das hier... Oh, man muss genau... Guck mal, anreden. Ja, sagst du, mach mal hier weg. Yeah. und da kriegen wir eine sonderbombung für ja und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder werden wir uns dann auch machen zu diesen sinnova insel also ich sagen wenn sich gefallen hat das positiv bewertet und da können auch in abo da lassen und freuen und schon bei der nächsten folge von blauen ja rein und schau